Und dann wurde mir die Kernnatur immer näher gebracht, das ist ja sensationell. So unterschiedlich zu Bayern sind die gar nicht. Es ist zum Beispiel so, dass dieser berühmte Intendant Wachins, ich meine, da gibt es ja Anekdoten noch und nöcher, der zum Beispiel kommt in ein Schauspielzimmer und beklagt sich, dass er so wenig zu spielen hat. Was hat er gesagt, der Wachins? Wir haben ja schon den Völler gemacht, dass wir sie engagiert haben. Wir werden dann den Völler machen, sie was spielen lassen. Es steht da drei Könige aus dem Morgenland, was sagt sie? Wir sind Könige aus dem Morgenland. Was sagt sie? Ich habe Gold. Und sie? Ich habe Weihrauch. Und sie? Ich habe Mühe. Aber was wollt ihr da? Uns ist ein Kindlein geboren, wir wollen ihm Gaben bringen. Ein Außenminister. Was ist das, was ihr euch auslöstet habt? 22 oder so was? Wie alt ist der Marco Kurz? Wie alt ist der? 28. 28 oder so was? Früher hat es geheißen, Tu Felix aus der Lube. Da ist ein anderes Lied der Kriege geführt. Tu Felix aus der Lube. Hei, du hast Tu Felix aus der Bube.